So und damit er wieder hallo und herzlich willkommen zurück hier direkt bei Sticks und ich werde mal so schnell wie möglich hochgehen genau okay da sind die Unterlagen Dahinten sind die unter da oh klasse Ist das so ist echt doof dass der da steht wir patrullieren einige habe ich den Eindruck okay ist nur der dort warte wir speichern mal kurz ab so jetzt bin ich im dunkeln sehr schön von hier aus kann man ja ein bisschen was machen ah ja da sind die unterlagen ich müsste einen meiner Klone dorthin bringen ja dass die auf ihn abfahren genau warte mir kurz bis der weg ist das war jetzt doof die sollten eigentlich schon so ein bisschen weiter da in die richtung gehen ach mist ey ja die haben ihn zu schnell erwischt erst haben sie nicht beachtet und dann auch schon ab ja die 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 Yes, dunkel ist auch noch, einer ist tot. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier vielleicht den nächsten hinlocken. So, und der nächste Blatt. Stockduster und da ist jetzt eigentlich nur noch der Bogenschütze. Saugut. Ja, so muss man es machen, ne? So, auch noch Blatt machen. So, auch den Blatt machen. Genau. Wunderbächtchenhaft. Ha! Die Unterlagen, eine Münze. Gut, wir waren jetzt vielleicht nicht so mega, mega unauffällig, aber hey, ganz ehrlich. Aber Ellie ist fleißig weiter, ne? Es ist stockduster, man sieht nichts, aber er ist fleißig weiter am Bücher lesen. Ist das nicht so ein bisschen seltsam? Vielleicht ein wenig, ja. Keiner in Deutsch dabei, das ist ja schade. Gut. Wir haben zumindest alles, was wir wollten. Und können nun weitergehen. Oh. Oh, das ist nicht so gut. Ne, egal. Wir haben, da müssen wir das. Ist ja auch nicht schlecht, wenn wir mal so eine Nebenmission halt, ne? Erledigen noch mit. Klar, warum nicht? Puh, okay. Ich habe hinter dir halt das Licht ausgemacht, ne? Geht die Sache, wie wir da jetzt lang gehen wollen. Okay, ah. Jetzt geht der weg. Aha. Gar nicht so schlecht. Ah, jetzt kommt er schon wieder. Oh, hallo. Verdammt. Verdammt. Puh. Kommt der andere jetzt hier auch her? Sieht nicht so aus. Also töte ich den Steil. So. Wunderbar. Okay, hier nicht weiter drunter. Scheiße. Jetzt haut er ab. Okay. Hm. Geh wieder zurück. Na los. Mach schon. Hm. Hm. Ist das so, ja? Schnell heranschleichen. Tada. Komm, glaub ich ganz ruhig. Ganz ruhig, Freund. Es geht vorbei. Tut nicht lange. Und hier mit runterschmeißen. Ne. Hehehe. Oh, das ist voll das Mega-Massaker. Ey, dass hier überhaupt noch Menschen übrig sind, ne? Nach dem, was wir hier schon getötet haben im Laufe des Spiels. Ist echt der Wahnsinn. Ah, ja. Und den Menschen aufs Morgue gekriegt, gerade durch den Sturz, ja. Übel. Ach, nun, oh, und da haben wir einen Dolch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Den werden wir gebrauchen können. Geh ich mal ganz stark von aus, also. Ja, letztendlich kannst du die Dolche immer gebrauchen. Sie machen das Leben um ein so vielfaches einfacher. Ach, man sollte immer Dolche haben. Hm. Oh, scheiße. Warum ist denn der hier? Kann ich irgendwie woanders lang gehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich schätze mal, ich kann nicht woanders lang. Kacke. Geht der dann irgendwie weg, oder steht der jetzt einfach nur rum, oder? Soll ich ihn dann anlocken? Genau, ich weiß, was wir machen. Ach, verdammt. Echt jetzt? Kacke. Ich guck noch mal, wie ich hier unten irgendwie noch da hochkomme. Es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben. Guck mal, da oben ist ja immerhin dann das. Aber von hier aus gibt es da nichts. Nee, nee. Scheiße. Nee, echt kein, keinerlei Möglichkeit. Aber ja. Hier rüber könnten wir vielleicht gehen anscheinend. Okay, ja, das sieht gut aus. Versuchen wir es hier rüber, denn der steht immerhin, dieser Typ. Ähm, das ist nun alles andere als gut. Okay. Ich muss speichern. Das ist echt so krass, diese Speicherorgie. Ich hoffe, es gibt irgendwo eine Statistik, dass man sieht, wie oft man gespeichert hat. Das wäre mega interessant. Lass uns mal warten, weil da ist ja einer. Okay, so geht das mit dem Stehlen. Haben wir nie gemacht. Schnell wegtragen. Bevor er kommt. Genau, hier unten tut das eh kein. Es sind schon so viele hinüber. Wunderbar. Jetzt haben wir einen Goldharztrank, ne? Oh, sogar zwei schon. Gute Sache das. Achso, nee, war wirklich nur der eine. Okay, ja. So, können wir zumindest uns ein bisschen länger tarnen, was ja auch nicht verkehrt ist. Falls wir das in irgendeiner Form brauchen sollten. Ich werde natürlich nicht das Tor aktivieren. Keine Panik. Du kommst hier eh nicht hoch. Von daher ist es vollkommen egal, was du denkst, dass du machen müsstest. Genau, hier ist nichts. Bleib ganz ruhig, mein Freund. Ach, da sind wichtige Unterlagen. Okay. Ah, wir könnten runterspringen auf den einen drauf und dann machen wir den anderen mit einer Parade platt. Oder mit dem Messer. Ah. Dann haben wir die wichtigen Unterlagen. Sauber. Tasty. Das hat gut funktioniert, ne? Ja, man braucht halt nur das notwendige Werkzeug. Und ratzfatz kriegt man auch die coolsten Sachen hier hin. Oh, guck mal. Das ist irgendwie nichts. Schade. Ja, hätte ja sein können. Wir machen das mal auf und kletter ich wieder da hoch. Ich möchte eigentlich diese Tür da nicht aufmachen. Ne, irgendwie nicht. Hat ein bisschen doof, dass wir Lebensenergie verloren haben gegen diesen Typen, ne? Dass wir jetzt nur noch die Hälfte haben. Aber wir haben schon mit wesentlich weniger es weiter geschafft, ja. Von daher bin ich ganz guter Dinge. So, speichern. Ich weiß gar nicht, wie viele Unterlagen der noch haben will, ne? Als Nebenmission. Schon ein bisschen eigentümlich. Okay, jetzt vielleicht mal eine Chance. Er geht da aber auch nicht hin, okay? Das ist gut. Ich brauche eigentlich noch... Ich brauche eigentlich noch... Ich brauche eigentlich... Irgendwie was, womit ich den da oben ablenke. Hm. Mist. Scheiße. Ja, ist echt das Problem, ne? Der Typ da oben. Dadurch kann ich nicht vorbei. Ja, und hier unten machen die beiden halt das Problem, ja. Definitiv. Ich könnte höchstens darüber da hochschleichen, aber wie will ich das machen? Hm. Unsichtbar sein, ja, das ging ja. Aber hier... Guck mal, jetzt sind wir schon mal so nah dran. Ja, hier sind so viele Sachen, ne? Mist. Eigentlich muss ich beide irgendwie umbringen. Mhm. Ja, aber wie? Ich kann nicht beide gleichzeitig umbringen. Ja, wobei ich muss eigentlich nur irgendwie an diesem hier vorbeischleichen, den da hinten platt machen. Und dann passt das. Geht er jetzt wieder dahin? Na ja, er geht wieder dahin. Guck mal. Okay, jetzt stellt er sich einfach so dahin. Weil das ist nämlich auch ein Lebensenergie-Trank. Okay. Dann müssen wir mal hinhorchen. Übel. Warum kann ich ihn jetzt nicht unter den Tisch ziehen? Das wäre ja so viel cooler, oder? Na los, geh wieder weg. Ah, super. Genau, richtige Stelle. Der sieht's nicht. Es ist duster. Haha. Okay, Vorsicht, ist aber so. Ah, ah, ah. Dann kann ich die Münze und den Lebensenergie-Trank bekommen. Und dann können wir hochgehen und diesen anderen Typen da oben platt machen. So, das bitte. Und dann den Trank. Den ich jetzt aber noch nicht nehme, weil den hebe ich mir auf. Immerhin haben wir ja jetzt noch, ja, wir haben halt noch knapp die Hälfte, ne. Da sehe ich das noch nicht ein, das dann jetzt irgendwie dafür zu verschwenden, mehr oder weniger. Weil ich glaube, wir bekommen ein bisschen mehr als die Hälfte an Lebensenergie gutgeschrieben durch den Trank. Und das wäre dann echt Verschwendung, meiner Meinung nach. Okay, da könnte ich auch hoch. Ich höre einen Ork. Muss ich mir ja schon wieder Gedanken machen. Hallo, mein Freund. Haha, damit das nicht gerechnet, hä? Nein, hier drum rumstehen mit deiner armen Brust. Knack. Weg bist du. Schade, ich hätte keinen durch dabei gehabt. Hm. Okay. Aha, was soll das denn sein? Irgendwie Luftschiff oder sowas? Sieht so aus, ne? Hm. So, okay. Ich renne mal kurz ein bisschen. Wunderbärchenhaft, würde ich sagen. Hm. Tja, hier links höre ich auf jeden Fall einen Ork. Die Ketten, ne? Ja, das wird nicht gut. Scheiße, so viele? Hä? Okay. Okay. Der kommt hier her, Mist. Echt jetzt? Oh, kacke. Der kommt genau hier hin. Nein, der würde das Alarm schlagen, ne? Jetzt sind ja die ganzen Leichen zu sehen. Kacke. Scheiße, Mann. Der hat eine Fiole Goldharzsaft dabei. Hm. Was macht der jetzt? Ja, es ist so, dass man den überhaupt nicht platt machen kann, ne? So, speichern wir mal hier. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zogger. 遊落m manufacturerisch. Ich bin. Okay. Ich bin D a Ring. D cosas mal außer Dیس denim. Vielen Dank.